So, guten Morgen und willkommen zurück zu Versacken. Äh, halt, Moment. Ich mach das grad falsch. Wir wollen ein Spiel laden, glaub ich. Na, wir wollen doch mal alles von vorne spielen. Äh, wo ich zuerst spreche, hat B, glaub ich. Äh. Ja, ich glaub, das stimmt so schon mal. Warte. Ich guck erst mal die Mission an. Ah. Ja. Ja, ich erinnere mich. Das war die tolle Mission, die ich gewonnen hab. Äh, Moment, erst mal die Steuerung wieder checken. Die Waffe will ich nicht. Erst mal, der Dämon meint, die Waffe wär gut. Ich find sie nicht gut. Äh, ich muss mal kurz gucken, wo war denn jetzt die Waffenbelegung wieder? Das soll vielleicht nicht so lange da im Schild, äh, im Schild stehen. Das ist noch gar nicht so lange her, dass ich das gespielt hab, aber ich kann die Steuerung schon nicht mehr. Ich find die auch so minimal unpräzise mit dem Gamepad und... Ja, ich könnt's ja auch ohne machen, aber... Also, ich könnt's auch... Ja, es ist... Ne, ich kann's nicht wirklich ohne Gamepad machen. Alternative wär irgendwie, ich soll mich vielleicht da nicht hinstellen. Ähm, ich... Egal, lass das Ding da mal weg. Den da auch, wenn wir da schon dabei sind. Ähm... Mein Schild ist low. Mein Skill ist auch low. Warum geht's grad nicht? Äh, lass das da mal weg. Das stört. Und dann, komm schon, geh kaputt. Aktiviert den Beacon. Danke. So. Ist das Schild? Ne, das ist... Das brauche ich jetzt nicht. Ich bräuchte mal Schild. Beacon activated, hey. Gut. Dann hätten wir das schon mal erledigt. Und dann verpissen wir uns vielleicht hier mal. Ähm... Vielleicht ein bisschen schneller. War da noch Schild irgendwo in der Sackgasse drin? In der Sackgasse, ja. In diesem Kreisflugsdingens. Ne, das ist nur wieder Waffenenergie, ne? Alter, das Ding spawnt in mir halber. Ne, die Waffe will ich immer noch nicht. Nein! Oh, jetzt wechselt er die Waffe. Ja, darf ich mal wieder? So, wo durfte man speichern? Ich glaube, jede dritte Mission oder sowas, ne? Warte mal kurz. Drei, eins, zwei, drei. Bin mir immer sicher, wo ich speichern konnte danach. Ja, kacke. Ich konnte danach speichern. War die schwer? Warte mal kurz einen Moment. Ich will kurz was gucken. Ich weiß es nicht mehr. Jetzt vielleicht erst mal die schaffen. Es ist auch schön, dass es keine Schildenergie in der gesamten Map gibt. Schildenergie ist überbewertet. Sag ich immer wieder. Nein, ich mag den. Danke. Ich mag ihn immer noch nicht. So. Weck mich. Weg mit dir. Ich finde es schön, dass das Ding halt einfach jetzt schon Minen rauswirft, obwohl ich noch gar nicht irgendwie in einer angreifenden Position bin. Weil, warum denn nicht? Ich weiß nicht, was du vorhast, aber das lassen wir mal schön. Dann wäre es vielleicht gut, wenn ich mit mir ein bisschen Schild da durchkomme. Und nicht unbedingt auf Vollgas reinfliege. Ach was. Vollgas reinfliegen hilft immer. Verstopfung auch gut. Einfach mal Vollgas reinfliegen, dann ist die Verstopfung auch... Moment, das klingt jetzt falsch. Was willst du und du jetzt? Ich störe nicht. Ist der Biekenschlag tief? Nee. Doch, ich glaube schon. Hm, Waffenenergie. Wärst du mal mit Schildenergie, hm? Oh, nee. Wisst du, was das kostet? Wie ist noch nicht aktiv? Hallo? Ich bin doch schon 2000 Tonnen da reingeballert. Was ist denn das Ding jetzt? Das wartet nur drauf, mich zu ficken. Ich muss mich verarschen. Was ist das Ding jetzt? Nee. Ach da, ich glaube, ich komme näher. Ja, ich komme näher, okay. Na also. Aktivieren wir mal den Biek. Ich fliege einfach rückwärts. Mach ich auch bei Rennspielen immer. Fahre ich immer rückwärts, damit die Gegner eine Chance haben. Ah, das Ding kommt ja auch, okay. Rückwärts fliegen ist vielleicht nicht so die ultimativ gute Idee. Tun wir vielleicht nicht mehr. Oh, ich habe das Falsche abgeschossen. Ich dachte, der würde auf MLF wechseln. Gehst du mal Kusch hier? Gehst du auch mal Kusch, bitte? Kann der Beacon mal fertig werden? Sag mal, ich habe ihn doch eben als getötet. Er ist schon wieder da. Jetzt bauen wir da unendlich viele, oder? Ja, Präzision ist natürlich toll, wenn man Dauer vorher macht. Ich kann mich auch nicht präzise sein. Fick dich. Ich hasse dich. Eins ist erfüllt. Na also, ist ganz einfach. So, jetzt weiß ich natürlich nicht mehr, ob... Ey, das ist jetzt kein Schwein. So, jetzt wollen wir mal was ausprobieren. Jetzt weiß ich natürlich nicht mehr, was das... Also, da konnte ich speichern. Dann würde ich sagen, da... Aber das war das mit dem Flaggschiff, ne? Ja. Das war das mit dem Flaggschiff, wo ich, glaube ich, zweimal gestorben bin, weil er so extrem überdimensioniert fett war. Ich versuch's damit nochmal. Ist immer da, wo ich alle Gegner töten muss, oder wie? Ich bin mir nicht mehr sicher, wo ich speichern konnte. Ich will jetzt mal was ausprobieren, ob ich danach speichern kann. Aber muss ich die eine Mission hier wenigstens nicht immer wieder machen. Sie geht voll ab. Was ist denn da los? Wie ist denn mal, Kusch? Ich brauche erst mal einen Powerpot. Der ist da unten. Ich brauche erst mal den Powerpot, sonst taucht die Waffe gar nichts. Wenn ich hier jetzt mal aufsammeln könnte, wäre das toll, danke. Wenn du jetzt mal sterben könntest, danke. Jetzt wollen wir mal testen, ob das nicht zu mir ist, ob ich danach speichern kann. Alter, die kleinen Dinger sind so schnell, das ist der Wahnsinn. Der fliegt auch noch zur Kanone, das Drecksding. Ich würde fast sagen, der ist klug. Aber... Das ist forsaken, also... Eher nicht so. So, den nehme ich mal mit. Hier ist auch ein gerne Titanenbomber. Oh, ich muss Empire Earth endlich mal die Einheiten alle zeigen. Das wäre, glaube ich, ganz toll. So, wir fliegen Lasers. Das gefällt mir aus der Schusslinie. Oh, nein, das ist ein Panzer, ich dachte... Oh, Panzers mit Laserns. Äh, Laserns. Laserns. Ich kann das Wort Laser, wenn ich aufbrechen. Ich bin nämlich geistig behindert, deswegen spiele ich das Spiel nochmal, ja. Oh! So nehme ich das denn nicht mal mit. Ja, wenn das Spiel vorbei ist, pulsiert in meinem Kopf auch was. So, ich muss das Mikrofon noch ein bisschen bewegen. Hier ist zu. Okay. So. In diesem Kaku ist mir echt nicht mehr los. Was war da noch so? Okay, so war alles. Ich mag die Musik abend. Tschüss. So, wenn du ein wenig Feuerpower hast, dann geht das auch. Aber du musst das erstmal haben. Wie ist das, Point? Was bringt bei dir, wenn ich kein Leben mehr habe? Ich hätte vielleicht nicht auf drei, sondern auf fünf Runde hochdrehen sollen. Nichts da. Ich habe hier Pulsar. Die wollen wir aber schön behalten. Hallo, Jungs. Ja, du bist noch nicht tot. Du bist noch nicht tot. Das soll die Musik bei mir ein bisschen leiser machen. Das ist schon ein bisschen später. Ach was. Spätabends immer voll aufdrehen. 2000 Watt Boxen mal auf Anschlag drehen, dann freuen sich auf die Nachbarn auch was davon. Viele Leute sind ja egoistisch und wollen die Musik nur für sich hören, aber ich bin da solidarisch. Ich dreh voll auf, dann müssen die Nachbarn das Spiel nicht spielen. Ich misse die Musik sau laut gerade und die Hintergrundgeräusche total leise. Das wird großartig, weil ich die nachher noch ein bisschen... Shield is critical. Ach nein, das ist kein Gegner. Das ist ein Gegner. Okay. Ich sollte vielleicht nicht ständig in Explosionen reinfliegen, aber... Wobei, warum nicht? Macht doch Spaß. Generell soll ich vielleicht aufhören, die Gegner reinzufliegen. Ach, Jubo. Was sind die restlichen neun? Das war dieses blaue Ding. Ich erinnere mich. So. Das klang so, als wenn da gerade was gespawnt wäre. Hm, das sieht doch so aus, als wenn da gerade was gespawnt wäre. Aber das sind nur diese Billigdinger, die taugen nichts. Auch. So, bleiben noch fünf. Ich will die nicht. Ich glaube, es ist schlecht, dass du dich jetzt drehst. So, einer noch. Ich glaube, der ist da gerade eben auch irgendwo rumgeflogen. Ich muss ihn nur noch finden. Oh, noch ein Powerpoint. War der nicht gerade noch eben nur da, hier? Hallo. Wo bist du? Komm raus. Ich möchte dich erschieben. Wo ist denn der jetzt? Ähm. Das ist eine faszinierende Frage. Ich kriege ihn noch. Hier bin ich gleich wieder am Anfang. Da ist aber niemand noch nachgespawnt. Scheinbar nicht. Okay. Nein, da ist niemand. Die müssen das schön einfach. Das Problem ist, ich spiele immer noch auf leicht. Und mittel und schwer macht mir jetzt schon Angst. Ich hoffe, dass es nur irgendwie zwei Welten in Wirklichkeit sind. Das wäre toll. Das wäre richtig schön, wenn das. Dann, wo ist denn dieser letzte Ding? Letzte Gegner. Ich kriege schon wieder im Kreis. So ein Scheiß. Da startet man und ich habe die Rakete wieder nicht mitgenommen. Ich wieder. Ich bräuchte eine Art Radar. Das wäre toll. Was ist denn da noch? Winde. Ah, bist du ja. Guck mal her. Ich will wissen, was ich jetzt speichern darf. Eins ist erfüllt. Okay. Ich habe den Eins hat erfüllt. Jetzt steht kurz das Spiel. Aber wenn, doch aufrufe ich. Ja, okay. Darf ich jetzt nochmal speichern? Ich darf wieder speichern. Geil. Was mir jetzt zur nächsten Frage bringt. So, jetzt habe ich gespeichert. Was? Also, ich wollte gerade sagen, es geht nicht weiter, aber... Okay, jetzt muss ich kurz... Jetzt testen wir mal. Spielladen. Ich möchte Laden C. Oh, es geht. Sehr gut. Das heißt, ich kann nach jeder Mission speichern. Auch wenn ich da jedes Mal eine Mission für abschließen muss. Die eine Mission da, die werdet ihr jetzt öfter sehen, fürchte ich. Warum? Äh... Aber hey. Ich bin ja hier unter Wasser. Das ist... Was zur Hölle? Jetzt sterben wir nicht auf dich. Alle! Das ist halt ein bisschen zu viel. Wisst ihr das? Nein, das ist die Schildenergie. Scheiße, die will ich noch nicht aufnehmen. Das läuft ja großartig. Was war denn der Power-Pod? Der war doch auch irgendwo da hinten, oder? Ja, natürlich hinter der Schildenergie. Diese Drecksäcke. 47 Gegner muss ich noch töten. Alter. Jetzt mal raus aus dem Kackbasser. Das ist ja nicht richtig bewegend, so. Die Stuskan ist mal mitgenommen. Watzep. Wo kommst du denn jetzt her? Du spawnst da. Du spawnst auch. Wie sie einfach verplatzen unter Wasser. Wieso Seifenblasen? Wobei, die platzen, glaube ich, auch über Wasser. Seifenblasen. Boah, ich hab lange keine Seifenblasen mitgemacht. Ja, es ist so, wie es immer Seifenblasen. So. Viel Blasen, wenig Seifen. Haltes Spiel. Ah, das ist da. Ich wusste doch, da waren irgendwo Gegner. Ich wusste noch nicht mal, wo. Das Problem ist, dass das Ausweichen so ein bisschen schwierig ist, weil man... ...selbst wenn man DC, diesen Kack-Laser, irgendwie nur so bedingt gut ausweichen kann. Ja, was ist da schon wieder nachspauend? Lass mal wieder sterben gehen. Danke. Ich solle nicht drauf zufliegen. Oh, das soll ich vielleicht mitnehmen. Das hilft vielleicht. Nur vielleicht. Ich fliege natürlich in die Richtung, wo er seine Raketen gerade hinschießt. Das ist... Was soll da schon schief gehen? Gut, jetzt fliegen wir erst nochmal ein Stück zu. Hm, hallo. Freut ich dich überhaupt? Ja, ich warte noch ein bisschen. Bis später. Wenn die Suskan leer ist. Wenn alles leer ist. So, ab da oben rein. Raken kann nämlich schaden, wenn ich mit Vollgas gegen die Wand fliege. Nö, sieht nicht so aus. Okay. Die Shield macht auch so ungefähr die Hälfte voll. Dann gibt mir jetzt mal Gas. Ordentlich Gas. Dann wird die Kandertion schon frei. Im Moment ist es eher japanisch, oder? Die da ineinander stehen. Das ist wie, wenn man in Command & Conquer 20.000 Panzer baut und sie erst später wegzieht. Dann stehen die auch alle ineinander. Das ist cool. Das ist wieder schön, wenn man so einen Mammut hat und dann fahren da 20 Stück raus. Okay, 20 ist irgendwie getrieben, weil man normalerweise nicht so viel Geld hat. Um so viele zu bauen, dass da die Fabrik rundum voll ist. Und dann noch Platz für 20 weitere. Gerade ist hinter mir wieder einer gespawnt, ne? Ja, ich liebe es. Aber weißt du, wie unfair das Spiel ist. Was sacken, meine Damen und Herren? Wenn man ordentlich absacken will, ist es kein Alkohol. Spiel einfach vor Sacken. Das sackst du dermaßen ab, dass es... Das sackt schon. Du Sackgesicht. Jetzt geht mir langsam die Motion mit der normalen Waffe aus. Gut, Suskan. Ich krieg die schon. Alter, ich kann mir scheiß Suskan nicht umgehen. Oder entweder das oder sie ist einfach... Ich finde die jetzt gar nicht mal so toll. Vor allem nicht gegen diese kleinen Dinger. Vielleicht soll ich die gegen andere Gegner einsetzen. Vielleicht hole ich mir erst diese 20 Kugeln, die... Lass mal alles wieder auffüllen. Sehr realistisch. Was war da oben drin? Raketen. Das waren die Zielsuche, oder? Das benutze ich bei denen mal, die Suskan. Das sind ja nicht so schnell. Gibt's noch? Was erlebst du denn noch? Wenn ich da bitte ich's treffe. Stirb. Doch, stirb doch. Hallo? Alter, das Ding taugt gar nichts. Vielleicht gegen Panzer. Mhm. Wolltest du jetzt bitte mal sterben? Okay, da brauche ich dann doch wieder den fetten Laser. Äh, nee, ich hab doch den Laser ausgewählt. Ey, den Pulsar. Oh, ich hab meine Munition mit dem Pulsar. Ich verstehe. Ich verstehe. Deswegen nimmst du die. Ja, der Laser hat tatsächlich keine Munition. Ich glaube, ich spin. Hier hast du ne neue Waffe. Ist übrigens leer. Ja, ist schön, dass die low an Ammo ist, aber was ist, was noch low an Ammo ist? Hier. Ich hab ja noch Raketen. Nimm mal die hier. So scheiß kleinen Viecher da. Ja.